Okay Leute, ich bin jetzt mit Mortis wieder in der Wand drinnen, okay, der Bull wascht jetzt rein und... Was? Moin Leute, damit auch ein herzliches Willkommen zu Einweitung Balls, das Video auf meinem Kanal. Und zwar, ihr seht schon, die ganzen Mitglieder sind bei mir in der Lobby und wir werden probieren, mit Mortis diesen neuen Klitsch ausprobieren und in die Wand rein zu klitschen. Und zwar Leute, werden wir dann auch noch probieren, mit dem Bull in den Mortis, wo er in der Wand drin ist, rein zu waschen. Also Leute, es wird auf jeden Fall mega spannend werden. Ich bin auf jeden Fall gehypt, was dann passieren wird, Leute. Wir probieren es jetzt bei dieser Wand. So, es ist auf jeden Fall nicht leichter Klitsch, Leute. Boah, ich hoffe... Leute, das Video ist wirklich nicht leicht, mehr zeitweise. Auf jeden Fall, wenn man viel übt, sollte man eben... Nein. Man muss halt genauso schaffen, dass, wenn man ein bisschen rechts und links geht, das genauso, genauso, Leute. Genauso und jetzt so. Und jetzt bin ich drin in der Wand. Let's go, Leute. Jetzt bin ich drin in der Wand und Mamut rusht jetzt rein mit Bull. Nein. Leute, nein. Also ob passiert jetzt nichts? Nein. Ich glaube, ich darf nicht anhitten, Leute. Ich darf nicht anhitten. Ich glaube, ich muss stehen bleiben, damit irgendwas passiert, wie er mich dann wegramt. Also Leute, ich muss gleich stehen bleiben in der Wand. Wir probieren das Ganze nochmal da drüben. So. Boah, das ist so schwer. Also Leute, geht doch weg, Mann. Ey. Sind alle bei mir. Es lenkt natürlich ab. So. Nein, das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Oder? Nein. Es ist zu knapp, Leute. Es muss wirklich genau passen. Boah. Ja. 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 Was? Michael. Ja, Leute. Ja, perfekt. Ich bin drin. Und jetzt muss Mamut mit dem Bull in mich reinwaschen. Und was? Als ob ich jetzt in der Luft schwebe. Ja, moin. Als ob, Leute. Also, oh mein Gott. Ja, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat mit dem Glitch, einfach zu crazy, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ciao.